Schiff Team Stars Schiff Team Stars Schiff Team Stars Didn't even get to run Auch noch an? Ja. Man, so klug bin ich nicht, Douglas. Wir sollten eigentlich die Rex ja leveln. Oder beim Craften hätte vielleicht mal wer drauf sitzen können. Brauchst du dich rausnehmen, der ist voll. Einfach drauf sitzen, wo ist das Problem? Passt nicht, ich hab's ja früher so viel gecraftet, warum ist da keiner drauf gesessen? Weil wir alles was zu tun haben. Ja, genau. Ja, dann macht ja hier jemand Foundation und wir sitzen die letzten... Ah, das ist auch kacke, dann haben die alle lowlife. Dann muss man halt auf melee level und nur zu verleben. Nein, auch für Leben halt. Wie Terzys gehen wir halt natürlich auf melee. Wie viel Schweine hast du? Eins. Ich glaube, wir brauchen mehr Schweine, eigentlich. Das reicht einer, man. Du weißt ja. Achso, ja. Ja. Soll jemand das Schweine eben leveln auf Food? Und ich mach das Schweine, ich mach das Schweine dann komplett voll. Mit Food. Da war die Frau und Sattel dazu noch. Ich hab ja schon vor einer Stunde gesagt, dass was jemand machen soll. Aber wenn wir jetzt... Den Rexen müssen wir auf jeden Fall... Hatt ich kurz aufhören mit Longneck-Munition? Andere, Smippy. Wir sind der, Smippy. Jetzt legen wir 78 Weip. Boah, das brauchen wir, Paint. Du hast einen Teleporter placen, ich komm dann gleich hin. Ja, hab ich. 500. Soll ich das Mindstorm noch legen, wie das 57er schon, gell? Dann komm ich zu dir, wir haben noch bisschen Zeit. Ja, einfach noch alles legen. Ja, wir müssen, wie gesagt, wir müssen halbe Stunde, 40 Minuten, normalerweise bevor es endet, Müssen wir uns alle in der Base treffen und wie gesagt, alles lebt. Kannst du da kurz... Sochen klatschen gehen. Fucking Mate boostet THRZ, ist jetzt sterb. Duty wär halt schon sick. Ja, aber ist jetzt nicht so schlimm. 4, 5, 6 durch. Von der Slow-Level-Therz, die du jetzt beritten. Jawohl. So, ich hab jetzt nur mit den Campfire und da draußen rumstehen, und wir brauchen das Fleisch rein. Nice. Die Smippy ist geblockt, da geh ich an der Wand. Ja. Sind die Pferde jetzt frei zur Nutzung? Ja, ja. Soll ich nochmal nach Rexen und so rufen gehen oder nicht? Was braucht man jetzt noch zum Farmen? Irgendwas hab ich gesagt, Kristall. Hast du Kristall geholt? Ja. Starfiskops bauen wir. Okay, dann geh... Wieder zum Vulkan? Ja. Nein, ich geh nicht Vulkan. Ich geh, ähm... Näher Ice Cave. Ist doch weiter weg. Darunter gibt's ja, ähm, auch Rex Bones. Geh zum Vulkan. Du bist ja direkt am Kristall. Ja, da laufen jetzt so viele Leute rum. So 750 pro Pistol reicht euch, oder? Wie viel Schuss? 100 pro Piss. Naja, locker. Ne, ist nicht möglich. Ne, dann mach einfach... Also 700 Schuss. Und den Rest kommen wir jetzt noch neu craften. Mal Metal und so schmilzt es uns noch durch ein bisschen, oder? Ja, ich mach jetzt erstmal 700 Schuss pro Piss... Äh, für die ganzen Pistols. Ja, du musst nicht doppelte Pistols machen, Schätzi, oder? Doch. Ich weiß nicht, ob der Coder z.B. eine Shotgun oder so will. Du musst das nicht einberechnen. Ich schätze, der Coder wird ca. eine Shotgun wollen. Ich würde gerne eine Shotgun wollen. Hast du denn vor, weißt du das? Hä? Ein Chefstimmen vom Chef. Ich frag, ob du überhaupt eine Shotgun haben willst. Ach, ob ich überhaupt eine haben will? Ja. Ja, würde gerne eine nehmen. Weil mit Shotgun musst du halt auf Play A treffen. Weil auf Dinos ist die useless. Ja klar, nur auf Play A. Bei Raptoren. Bei Wölfe. Hey, mach so, wie es gibt. Und das, was sie mir gibt, nehme ich. Alles easy. Okay, also lass es. Also ein Stock. Ja. Speer, bitte. Der Coder kriegt eine Bike. Und du machst... Ja. Alla Level of Melee. Der Coder macht ja 400 Melee. Und 200 Leben. Ja. Dann mach für der Coder keine. Mach nicht für jeden eine. Dann krieg nur die fittest Spieler eine Shotgun. Fertig. Ich... 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 Sorry wegen der Rektion. Sorry, Alter. Ne. Ist halt doch so. Wenn man zwei... Klar kann man mit 20 Schuss rumrennen. Aber wenn man zu wenig ist, braucht man... Wird doch genug Material da sein. Was fehlt denn jetzt momentan eigentlich? Dann Paula, dann Paula, dann Paula. Dann Paula, dann Paula. Ja, dann Kohle, 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 Kohle. Ja, die Mörder produziert nicht so schnell, Alter. Bööö, du musst ein Teleporter anreißen. Den Helfer trommelt die Maser zu bleiben. Bööö. Böö. Ja, was denn? Teleporter bitte. Wir haben mich schon längst abgerissen. Ja, bleib doch mal locker, Mann. Ich wollte nur fragen. Ich hab das schon vor fünf Minuten gesagt, der ist abgerissen. Ja, vor fünf Minuten hab ich dir erst gesagt. Also, Nordsee, Katal, Baul, das ist ganz so, sollte man was mit euch. Weil das anstrengend ist, das Projekt. Ja. Ja, dann. Leidrock. Ich hab auch Zeitdruck. Wo sind dieses Tiki-Netz, wo der Mann die denn? Wer hat da? Nein, 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 nein. Wer tut man so? Metal-Stäter, na auch noch bitte. Die Hobart, die Hobart. Lauf nicht ohne Wettbewerb. Lauf nicht ohne Wettbewerb. Da hast du nicht. Und sollst einfach Holzschild nehmen, weil wir zu wenig Metal haben. Fertig. Anna, komm. Kannst du mir eben helfen? Ich bin noch beim Interi, aber ich könnte eigentlich jetzt kommen, ja? 20 mal um YouTube zu tamen, meine ich. Ja, könnt ihr kommen. Oh, was mit den Teri? 280. Habe ich einen Teleporter aufgeplacen, auch da. Können wir gleich noch? Hauptschulabschluss, Junge. Ey, man kann keine Plattex abnehmen. Nicht auf den Dino. Achso. Stopp. Neue, Bob Tribe. Äh, warte, ich guck mal, ich mach den Screenshots nach. Irgendein Bob Tribe. Irgendeiner hat sich Zufall da getroffen hat. Ähm. Die Narkotiks werden die graviert. So, Band. Bord ich nach Hause und reiß ihm dann wieder ab, bitte, dann. Ohne Loll. Bei wem bist du? Was? Bei wem bist du, Sagler's? Keine Ahnung, wie die heißen. Also, es geht auf jeden Fall bis 50, das kannst du dir sagen. Bei 40 haben sie ca. so gecaged. Was? 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 Wo ist Steam, Steam? Steam Maps? Mach da, weil das mit den Maps hier nebenbei. Genau. Wenn du gecaged bist. Mach da, weil das mit den Maps. Also, aufschreiben. Wo die Basen überall sind. Du bist gecaged, sag ich das? Ne. Die haben ihn in der Base gebaut. Boah, das glaubt. Drain mal, alter. Ich weiß nur jetzt, wo drei Basen sind. Ja, mittlerweile schon. Also, drei von denen, ich weiß. Also, ich seh hier irgendwie keine anderen Leute, die auf dem Vulkan, äh, Schakol fahren. Frag mich grad, wie die das anstellen. Mit 100.000 Kämpfer, ja. Die werden nur über 100, die werden nur 200 Granaten craften. Das sage ich dir. Es wird keiner mehr als 200 Granaten kräft, außer wir. Es wird keiner mehr als 200 Granaten kräft, außer wir. Das sage ich dir. Dann bis segundosgerald, auch wir sind. Ich säke dir. Das sage ich dir. Ichemiege und schien. Wenn du viele Teile zum Beispiel baut, bist du dein Geist. Bei mir. Du bist bist du dein Geist. Bis zum Beispiel. Die 7 Zwerge Warum ist das THC jetzt tot? Das ist auch du 70er Wollt ihr mich ficken? Ich dachte mir grad, hä Wann ist das jetzt gestorben? Ich bin kurz weg Mal wollen Spieler anmerken Alter, das liegt irgendwo Nee, oder? Alter Die wollen mich doch verarschen Kein Bock mehr Warum ist das jetzt tot, Alter? Alter Da war doch gar kein Player Von was ist denn das jetzt gestorben? Da musst du aber viel fliegen Scheißegal, Alter Jetzt ist ein Mietbuch Ich muss das Schwein mal kurz Das waren 99% Ich geh kurz weg und das ist tot Ja Woll mich doch verarschen, das Game, oder? Ja Scheiße gelogen So, wenn es 230 Mietge ist So, ich weiß Jungs, ich hab das Schwein mal kurz alleine gelassen Also nicht wundern Ja, wenn es nicht stört, ist mir eigentlich ja Also alleine geh ich nicht mehr stark Oh, Schweinbrille nach Hause Bitte doof Sag, dass du bist tot Naja, ich hab mich zuerst gekriegt Ja Waren zu dumm Nachverliebte Äh, Gunpowder würde noch wollen Äh, irgendjemand hatte von euch ja noch Wurde Zu den Tribe Ja, so nehmen wir das Shark Code wieder Und ich hab jetzt keinen Proff wieder alleine hinzugehen Wahrscheinlich das nächste Terry Ja Weiß halt Naja, Level 57 war's Das High Level ist halt leider Naja Wir sollten die Rexe noch leveln Die waren High Level Ja, wir haben niemal einen zweiten Sattel dafür Und Dakota, du hättest die nicht so eng beieinander machen müssen Das muss dir nicht schön ausschauen Da muss man nur nicht durchkommen, dass da was dir für Gates sparen können Ja Lol Viel zu wenig Gates, ich schwör KC, wie viel kannst du noch craften? Äh, es sind gerade noch elf drinnen Wir haben viel zu wenig Gates Ja, wir müssen damit leben, was wir haben Ja, wir müssen damit leben, was wir haben Wir können das jetzt nicht klasse froh durch sich ändern Ja, ich place Alter Chris Uns wird sowieso keiner waken, ja? Ja, wer war's? Kato Man kriegt minus zwei Punkte Alter, du hast Angst vor Kato, Mann Ne, eh nicht, aber ich sag's nur Sorry, was? Kann jemand Narcotics noch schnell anwerfen? Hab ich schon Der Schwein mal noch hinweg Ja Hier die vier Kisten, die sind jeweils Eine Kiste ist Zornaten Eine ist Pistol Eine ist Shotgun Eine ist Longneck Der Schwein mal wieder auf Reisen Aber wenn er noch Crystal übrig Irgendwo Crystal, sonst können wir es eh vergessen mit den Dingern Ansonsten hol ich nachher Ja, ich kann noch Also wir haben jetzt über 500 Granaten Nice Reicht vollkommen aus Ja Warum kann ich jetzt noch nur eine bauen? Okay, Rampada kommt nochmal Das wäre so witzig Das sieht so witzig aus Wie schaut es jetzt mit Shotguns und so aus? Das ist alles jetzt auch gecraftet Das können wir dann auch von nebenan 200 Schuss insgesamt haben wir für Shotgun Gunpowder noch, meinst du, wie viel amut du Gunpowder draufstandest, ne? So, Schwein hat wieder schuldet Hast du nochmal Dino Gates gecraftet? Dann nehm ich den mit Metall fehlt Sackles Hier sind elf Hier, die nämlich elf Sackles Hä? Dein Fleisch ist schon wieder weg Ähm, brauchen wir Pelz? Ne Ne Markus noch eins mehr Guck mal mal nach Hause Mach was draus Was nehmen wir jetzt ein? Ich bin an Shotgun Bulle, an Longneck Bulle Ne nochmal die elf Die sieben Wände und die, ähm, Sound Foundations mit Ja, ja Kannst du auch noch einen Weg stellen Alles mal kurz danach sagen, was er so alles mitnimmt oder Munition Was ist denn mit dem Thierry hier, alter? Äh, ich nehm 50 Schuss für Longneck und 20 Schuss für Shotgun Ja? Haben wir noch irgendwo Stimperys rumlegen, die brauchen wir halt Irgend Schwein Du musst sie ja wahrscheinlich fahren Nämlich so Irgendwann, der muss bauen jetzt auch noch, ihr könnt jetzt unternehmen fahren Wie viele habt ihr für dich sind mit Pisschen dabei? Weil Da sind 50 pro, äh, links bei Also, man kann 50 Was sind denn die Fiomias? In, äh, beim Teleporter Also, für den, äh, die Traps haben, will ich beheißen, wie, keine Ahnung Doch, genug Na, Kontextraps 53 Wir haben mehr als 300 Bruce Nice Kann man noch ein bisschen Fleisch abgeben? Kann man noch ein bisschen Fleisch abgeben? Kann man noch ein bisschen Fleisch abgeben? Ja, wo bist du, Casey? So, ich reiß die Teleporter ab, die restlichen Haben wir nur noch einen normalen Teleporter Ja Den reiß ich jetzt ab, Küssner Ja Bist du mit dem Fleischchen wieder da? Danke Ihr habt doch eben schon einmal komplett aufgefüllt Nicht schwein No Problem Achso, ich wollte Lagerfeuer, hast du eine Ahnung, um das zu kommen? Ja, Lagerfeuer habe ich gerade extra neu zu holen Okay, nice Wollte ich noch nicht sagen, weil ich dachte, das wird alles wieder in den Schwein gestorpt Nee, das kommt dann hier in diesen komischen Ding Bau nochmal 27,20 Wassergläser Chris, hast du? Was habe ich? Hast du noch Teleporter gemacht? Hast du noch Teleporter gemacht? Nee, musst du Die baut gerade den Aufgang noch zu Die baut gerade den Aufgang noch zu Ich hab so früh gecrafted, Leute Was kann hier? Na Gott, Raps So viel gecrafted Das kannst du Metal verballern, ich brauche noch für Teleporter Ja, keine Ahnung, hoch die ich Ja, nenn den Fortress ist nur Metal, da kannst du was drauf nehmen Wo ist Crystal, wo ist Crystal? Wie viele Teleporter brauchst du? Ich will drei Stück machen, oder was? Ja, dafür haben wir leider weit genug genug, nur 36 Trag, Alter, wir haben nicht tausend Das ist Das ist ein Schuss nimmt jemand Wo sind wir mit den Teleporter hin? 50 reicht nochmal vollkommen Um 20 Spiele zu tun Haben wir kein Zement und kein Küsten mehr, oder was? Doch haben wir alles noch Bankzig ist ein Schadrumpf zu schreien, sag mir doch wo Ja, in die 1 mit wahrscheinlich, ne? Hey, da wo du nicht reinguckst Guck mich an, da Ein Teleporter kann ich dann So, nochmal So, nochmal So, nochmal Wo sind die ganzen anderen Teleporter hin? Ich hab drei Stück, vier Stück gemacht, ich hab davon drei abgerissen Meine Güte Ich lauf doch nicht zu Fuß wieder zu Base, oder Cassie? Ich muss nackt dahin, Teleporter abweißen, mich schildern lassen Okay, also haben wir jetzt insgesamt einen Teleporter, oder? Genau, weil wir kein Küsten mehr haben Okay Aber normalerweise reicht einer Aber normalerweise bräuchten wir noch einen Wenn man mal abreißen, ne? So, klar, einer wäre nicht schlecht, aber Ich weiß nicht, in diesem Level 100, das ist der Pferd, das ist ja noch 264 Narkotex, ne? Ja, also Ja, wie gesagt, wir brauchen nicht mehr Traps 50 Stück Ja, ne, weil irgendeiner davon danach Ich glaub, sag das was Ich hab wegen Narkotik geschrieben, wegen Die Traps Aber ich hab da noch in einem Wasser 300 Stück gefunden Das hätte in einem Männer ausgemacht Weil, bin tatsächlich 92 geworden Er war meint Komm, hier wer noch die Sachen nennt Ah, ah nein, hol mir das gleich Ich spamm den jetzt einfach nur noch Komm, noch schnell Eine Trap und dann schnell was zu Trinken holen, Alter Zucki zucki Ich renne jetzt hoch Wie lang noch? Also der Aufgang ist diesmal nicht so viel Na dann Also der Ich glaub, hier kann man sogar noch einen Reporter setzen 2 Minuten Ja, wie gesagt Sonst hau noch eine Foundation irgendwo hin Kannst du noch ein paar Foundations bauen, Metall? Wir haben nicht mehr viel Zeit Ah, über eine Minute bis hier Eine gute Minute Das Modell ist jetzt mal neu anziehen, Alter Ich hab den Kanu nochmal und sollte verpasst Ich laufe und hole die Foundations und setzen noch eins Ich hab noch mein Stuff hingetan Ich brauch noch mein Stuff, Alter Wo liegt denn der drinnen in Atomic? Äh, in den Schränk mir bei den Poches hinten, ne? Das alles gut Ja, ja Und in den Infantations war... In den Zwillinge so eine Reihe aufgestellten Rüstung Hobby Ja, hier, hier, hier Eine Minute, komm In den Schränke Wo bist du? Wo bist du? An denen Schränke holt Schränke Da ist alles drin Ich hab ganz longneck Pistol Ja, könnte vielleicht reichen Wie viel Longneck Schuss nimmt sie mit? 50 Pistol 50, Shotgun, keine Ahnung, 30, 25, je nachdem du willst Also es sind, äh, 200 Schuss da, insgesamt Shotgun nehm ich 20 mit, 22 Ja Da Pistol noch Wo sind die Pistols? Pistols in dem mittleren Schrank Äh, Scopes sind drauf, ja, aber Wie viel Pistols Schuss? 50 50 50 immer noch Die haben 75 Und hier sind da Bruce drin Ich hab immer so keine Pistols mehr Hier sind Bruce drin Ich hab 50 Longneck Schuss, weil ihr ihr nicht brauchen Ich schieb meistens nur Longneck Ah, sind 50 pro Longneck da Ja, ihr nehmt mal weniger Meter, 4 38 Longneck reicht Und hier sind für jeden Bruce dann drin, ne? Shotgun Wo? Wo ist hier? Wo ist hier? Wo ist hier? Wo ist hier? Bei den Forchers Ist ne, ne Dingerns hier Borsch, äh, bin meine ich Zeug Boah, ich hab Mein inventar ist fast aufgeräumt Komplett Die Bruce würde ich eigentlich drin lassen Weil die heben da drin, glaub ich, länger ist in deinem inventar, oder? Wo ist, äh, Bruce? Ja, das ist, äh, eineinhalb Stunden halten halten die Da ist sie auch erst weg, oder? Wo sind die Bruce? In, in dem Spitcoffler In, in dem Spitcoffler Genau In den Forchers In den Forchers Die darf doch nicht weg In 20 Stück Ja, 20 reicht Komplett aus Nehmen wir jetzt noch 10 Narkotraps im inventar und dann was? Alter war der von flimmig, ey Naumau Oh, Alter, ich hab alles Ja, ich hab auch, ich hab gar keinen Schild Ich hab gar keinen Schild Prozent ein die Aufforderung fünfhundert sechsundnachzig im Weltraum als wir die Hälfte nächstes Jahr schnappt er kann ich die Kress am besten alles klar scheiße die auch du willst was mir heute war es anstrengend geht's bei der Neuze die zu anstrengend aber schon seit weit gemacht Das sieht man nicht. Das sieht man nicht. Er hat das wieder aus.